hallo ihr herbegegeben und damit recht herzlich willkommen im haussekanal unserem kleinen knappen game heute für uns die demo von fredbear and friends 2020 ist mit der unreal engine gemacht muss man zu sagen und wie gesagt ist eine demo eine demo sound ist aber gut und sieht schon mal cool aus man sieht dann gleich unreal engine das sieht gleich new game woher gucken hier was passieren wir haben fredbeeren faat umund hallo hola euro Carlos ra retire derche kommtipping man da Mohr gedrückt die400er fredbear's family direct tam now steht Es ist hier zu sprechen über Ihre Job und wie Sie mit Ihren Threaten haben. Sie sehen, wir haben diese animatronik, und sie wandern at night, looking for intruders oder jemanden. Wir haben sie mit Ihren FACE in Ihren System, so sie werden wahrscheinlich denken Sie sind nur ein random und nicht ein actual security guard. So, just, uh, yeah. Um, we should probably disable that, since, you know, we just hired you and your security, I guess. Um, so, for the love of God, try not to let them catch you. Let's just say it won't be very pretty when the police find your corpse in the morning. Yeah, just, uh, don't get caught. Anyway, to, quote-unquote, fix this issue, I will post it. Ja? Das war ja mal kurz, ne? Das war ja mal kurz, ne? Uh, hello? Hello, hello, uh, welcome to, uh, hold on, let me, uh, check something, uh, summer job, uh, I think at, uh, Fredbear's Family Diner now, um, here to talk to you about your husband. Wie soll es gehen? Wie soll es gehen? Ja, wir haben diese Animatronik, und sie wandern, um, nach nachzuhauen. Wir haben ihnen Put-A-Face in die System, wir würden woher sie wahrscheinlich sind, sondern nicht ein ganzes Zechner. Ich kann das nicht sagen. Ich liebe dich. Ich hab keine Ahnung. Da kommt doch schon einer. Er hat nicht schon gedacht. Leute! Loadgame geht natürlich nicht. Aber es ist schon noch eine Demo. Aber sie macht einen guten Eindruck. Macht einen guten Eindruck. Was ich hier machen soll. Ich geh drauf, ja. Türen gehen ja nicht zu. Ah doch, Tür ist zu. Tür ist oder auch. Da steht. Die Pizza. Das geht mir nicht. 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 Ähm. Wir sollten das wahrscheinlich nicht zuverhalten. Wir haben einfach dich und deine Sicherheit geholfen. Ähm. So. Für die Liebe Gottes. Schau dich nicht zu lassen. Die Pizza sehen ja realistisch aus. Ja. Erlaubt halt. Ja. Ähm. Tür. Ähm. Ähm. Ja. Schau noch hier. Jetzt kommt der Puppet. Ja. Hallo. Wieso kommt jetzt der Puppet? Ich kann nicht im Monitor. Im Monitor kann ich nicht. Ich kann springen. Juhu. Verlacher. Spielen kann ich auch nicht. Warum nicht? Können Sie bitte rausladen. Danke fürs Gespräch. Wir haben diese animatronikern. Und sie um. Wanderen. Nights. Looking for Intruders. Oder jemand. Das ist. Wäckle noch. Wir haben ihm. Ihn. Put your face in. Statt. Hör auf. Ich finde diese Mechanik so gut, wenn man eine alte Puppe da rumschmeißen kann in den Verarmen, Fredbear. Lama, du nur. Er hat mich wirklich schwerer. Leute, Leute. Aber es ist eine Demo. Hallo, willkommen zu... Hold on, ich will mich... ...eine... ...summer job, ich denke, ...at Fredbear's Family Diner. Ich bin hier zu reden über dein Job und wie zu... ...deal mit irgendwelchen... ...threaten. Ja, ich bin... ...we... ... Ich möchte mich nicht mehr umschauen, du Arschloch! Ich möchte gar nicht mehr umschauen, du Arschloch! Ich möchte mich nicht mehr umschauen. ... ... ... ... ... Hier war ja eine Musikmaschine. Hier komme ich ja nicht raus. Ich muss eigentlich nur überleben. Wir haben ihnen die Gesichter in ihrem System gelegt. Sie werden wahrscheinlich denken, dass sie nur ein randomer und nicht eine reale Sicherheit ist. So, ja. Wir sollten wahrscheinlich das nicht verhindern, denn wir haben einfach dich und deine Sicherheit gehört. Also, für die Liebe von Gott, versuchen sie nicht zu lassen. Wir sagen, es wird nicht sehr schön sein, wenn die Polizei deine Courten finden. Da hinten stehen und stehen an der Bühne. Oh! Achill! Oh! Achill! 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 Oh! Achill! 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 Ich kann Space drücken, ich kann die Steuerung drücken. Ich kann die Taschenlamp anmachen. Achill! 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 Ich kann nicht den Monitor schauen. Dummschwänzer! Dummschwänzer! Dummschwänzer, ja! Jetzt geht die Tür immer dazu! Geht die Tür mal auf! Das einzige was ich machen kann, ist die Taschenlampe an und ab! Jetzt kommt ein paar mit mir nach! Ja, lenkt mich doch! Lenkt mich doch! Ja! 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 Let's dance, oder was? Zumindest beim Let's dance, oder was? Songkontest. Da ist ja wie mal, äh, de, de Bonny. Bonny Katschunke. Das eine, was ich machen kann, ist da hoch springen. Verstehst? Ich werd gern an so einem Automaten spielen, das wär's denn, wenn man an diesen Automaten spielen könnte. Wär mal ne gute Idee, wa? Oder so'n Flipper. Oder hier, so Karussellchen vor. Geh weg. De Puppet. Ach, scheiße, ich war dann. Leute, seid's mir nicht böse. Es soll ja nur kurz ein erster Eindruck gewesen sein von Fragbear and Friends 2020. Ich bin ja mal gespannt, wann die Spiele überhaupt rauskommen, wenn sie überhaupt rauskommen. Heißt ja nie, wenn ne Demo rauskommt, dass es ein ferniges Spiel auch irgendwann mal gibt. Meistens verlieren, verlieren ja die Entwickler, die Lust daran oder die Motivation, weil sie nicht mehr weitermachen wollen und können, was weiß ich. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Würd mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf eurem Hauskanal. Bitte bewerten euch dieses Video, schreibt was in die Kommentare, aktiviert die Glocke und falls ihr noch kein Abo habt, einfach noch aufs Köpchen drücken, close the head, button to subscribe. Ansonsten, genießt das Leben, enjoy your life and friends on the phone to the YouTube. Bis zum nächsten Mal. Ich sag's schön, wenn ihr entwickelt euch eure Zigaretten-Secki und goodbye, good night, au revoir, bonjour, adieu, madame, bisous, bye-bye. Bis zum nächsten Mal.